willkommen zu einer neuen folge minecraft wir sind immer noch dabei die gatter für die kühe zu planen jetzt erheben wir erst mal das letzte gatter aus das hatte die größe bisher aber das ist noch zu klein hier müssen wir mal sehen wie bereit wir den gang hier machen wir sollten erreichen also kommt hier der zonen so jetzt ist das ganze natürlich noch kleiner geworden ein Oh, praktisch. Äh, wo sind wir denn jetzt hier reingekommen da? Das sollten wir auf jeden Fall hier noch ausnutzen, also bauen wir das Feld erstmal bis hier, äh, das Gatter. Oh, cool. bis hier könnte es eigentlich auch dann richtig gehen 1, 2, 3, 4, 5 wo ist denn der beginn hier ok das wird noch ein haufen scheißarbeit okay rie 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 kommen wir mal wieder durch oder ich irgendwie falsch gebaut jetzt boah ich sehe gar nicht mehr ich muss hier erst mal raus und ins bettchen haben wir kohle dabei ja dann könnten wir hier eigentlich auch wieder noch was verbrennen 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ich bin gerade leicht irritiert wieso ist das hier eine andere höhe sind wir da schon in höher gegangen ja okay Okay. So, dann haben wir die Gehegegröße erstmal so grob fertiggestellt. Die Schippe mache ich aber noch kaputt, dann können wir noch ein bisschen Erde mitnehmen. Aber vielleicht müssen wir gar nicht die ganze Erde abkloppen, einen kleinen Hügel kann man ja irgendwie noch lassen, aber die Ränder müssten auf jeden Fall runter, damit die nicht auf die Idee kommen, irgendwie runterzuspringen über den Zaun. Also, die Schippe mache ich nicht. nein ok die kriegen wir schon wieder nicht mit das heißt wir sortieren noch mal aus ohne halb kaputte schüppel haben wir auch noch klack klack schmesser nicht und hier machen aus den restlichen dingern noch drei brote und und so die nächste schippe die spitze können wir eigentlich auch noch vernichten so war das auch fertig so 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 Das war's für heute. Gut, Platz haben wir dann eigentlich sogar noch. Dann nehmen wir die nächste Schippe auch noch in Angriff. Was wir weg haben, haben wir weg. Das war's für heute. Das war's für heute. So, was ist das auch? Jo, keine Schippen mehr gefunden. Die Erde haben wir soweit auch mit. Und hier gibt's dann wieder ein Folgenpoäschen. Spitze bedanke mich. Bis dann.